willkommen zurück eine neue folge ww ref of the lich king classic und zwar mit dem icc 10 man hc modus der vierte boss todesbringer sauerfang der wurde ja vom lichkönig an der pforte des zorns erledigt und von ihm jetzt als untoter kämpfer oder wächter der zitadelle gegen uns gesandt und den gilt es jetzt zu bezwingen wichtig bei dem boss wir spielen jetzt schon direkt auf hc erst klingt erstmal schwieriger als lady death whisper oder so bad für uns war er einfacher das gute an dem boss ist ihr müsst euch so gut wie gar nicht bewegen also milis und tanks sowieso eigentlich nicht und die range ist wirklich nur wenn sie von diesen teilen verfolgt werden und dafür haben wir unsere eule zum beispiel da tanks und milis stehen da wo der boss steht der beginnt jetzt gleich und die range ist auf max range verteilt stehen am besten mit einem pala heiler der zorn an hat dann kriegt er schon mal die initial aggro von den von den bestien die dann gleich kommen werden und eine eule die sich vor ihm hinstellt immer mit zwölf meter abstand das ist wichtig bei den ranges die dann eben schubst und die mobs dann zurück schmeißt sollten die euch zu nahe kommen ansonsten wichtig für die tanks ihr seht jetzt hier diesen debuff sobald ein tank den debuff hat instant abspotten nicht erst anzählen sondern wirklich auf den debuff warten und dann zack sobald er da ist direkt abspotten umso weniger bekommt der todesbringer sauerfang seine seine blutenergie zugeführt die halt die hauptmechanik hier ist ihr habt gesehen mit den blutbestien das hat ganz gut funktionierte wichtig kurz bevor die blutbestien kommen legt als paladin weder als tank noch als dd irgendwie noch eine weihe hin legt auch macht keine au es als als milis also kein klee von nix und vermeidet auch als tank irgendwas von den teilen zu spotten jeder hit den diese fischer machen kann im hc erstens tödlich sein vielleicht nicht für tanks aber für milis und zweitens gibt sauerfang eine irrsinnige menge an an blut also an dieser energie die er hat und ihr seht wir werden ihn jetzt gleich in die in die erste phase bringen mal das gefallen in helden ist auf einen unserer ist auf hunter gelandet der wird jetzt teilweise den schaden bekommen den die tanks rein gesteckt bekommen das heißt jetzt fängt es an cds zu zünden für die tanks damit der zweite spieler oder der spieler der das mal hat jetzt hier nicht unnötig noch zusätzlich schaden bekommt dadurch dass die spieler jetzt mehr schaden bekommen wird er natürlich dass seine blutenergie höher mehr auf werden können je mehr blutenergie er hat umso härter schlägt er auch zu und umso mehr müssen die heiler dann sowohl auf die tanks als auch auf die dds mit dem mal aufpassen dass diese halt nicht nicht low droppen oder sterben sollte jemand mit dem mal sterben wird der boss um 20 prozent seines maximalen hp ist hochgeheilt das ist dann spätestens eigentlich nen weib genau und jetzt fängt er an er sammelt wieder seine blutenergie hoch 70 74 das heißt jetzt haut er schon richtig ordentlich zu da müssen jetzt die cds drauf ich hauen jetzt auch das mal gleich drauf für meinen tank kollegen dass der dann jedes mal geheilt wird wenn er schaden bekommt jetzt muss er die punkte abwarten und jetzt hat der zweite spieler unser schädel hat jetzt das zweite mal bekommen wir sind jetzt bei 30 unter 30 prozent das heißt jetzt geht er in seinen soft enrage und macht noch mal mehr damage das heißt ab jetzt ht zünden und richtig durch ballern auf dem boss was geht trotzdem diese die die blutbestien immer spielen also die haben weiterhin oberste priorität die dürfen nämlich niemanden erreichen und dann sind es noch 10 prozent jetzt kommt gleich noch mal blutbestien die müssen wir auch noch spielen ähm dass wir den boss hier sauber legen können nicht dass dann doch noch was passiert und jetzt müssen die heiler halt richtig pumpen was was alles geht um die spieler am leben zu erhalten so und jetzt die blutbestien noch mal fokussen die eine ist down die zweite darf die spieler jetzt nicht erreichen sie gut aus perfekt und jetzt heißt es den boss umhauen und die targets am leben halten und da liegt er auch schon sehr schön das heißt wir haben direkt auf hc gelegt das passt das können wir äh mitnehmen und wir haben auch noch einen zusatzerfolg direkt mit ab abgesehnt der eben ähm mit den blutstecks einher geht dass wir ihn besiegen ohne drei oder mehr blutstecks zu bekommen und wir haben eine besiegt mit zwei zwei von denen äh mal des gefallenen champions ja ich hoffe euch hat äh diese folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei wenn es in die zitadelle hineingeht und wir dort die ersten bosse uns anschauen werden bis zum nächsten mal ciao